Hallihallo, er ist Pulci, Rüde, geboren 2020 August circa, 14 Kilo und 49 Zentimeter Schulterhöhe ist, sehr lieb, ich glaube, er ist eine Pudelmix, eine große Pudelmix, ja, und vielleicht mit ungarischem Pulli, aber die Haare sind schöner und soft. Er ist sehr ruhig, sehr lieb, er kann ganze Zeit im Haus bleiben, ohne Bällen, ok? Das bist du, oder? Pulci, bist du das? bist du das, bist du das, bist du das, bist du? De bist du de leide, de leide! De ne Bizeh war, de leide, de leide! Nagyon szép vagy! Te nagyon, 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 szép vagy! Gyere ide, gyere. Gyere! Na, gyere ide! Gyere ide! Gyere! du bist schön 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 schön